Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu dieser kleinen Ankündigung. Ich bin darum gebeten worden, das hier mal zu machen und der Bitte komme ich natürlich gerne nach, denn es geht um etwas sehr Schönes, wie ich finde. Denn einer meiner treuesten Abonnenten, er war einer der ersten Leute, die mich abonniert haben, das ist der gute Worldwide-Zocker, mit dem ich auch schon einige Let's Play-Togethers gemacht habe in Star Wars Battlefront. Er hat eine Community zu meinem Kanal aufgemacht auf der Playstation und hat mich darum gebeten, doch dafür mal ein bisschen Werbung zu machen. Und der Bitte komme ich natürlich gerne nach und möchte euch zeigen, wie ihr diese Community findet, denn das ist natürlich nicht so leicht leider bei der Playstation. Dafür müsst ihr den Spieler suchen. Da ich schon mit ihm befreundet bin, gehe ich mal direkt in die Freunde rein, aber ihr könntet das hier oben über die Suche machen. Und zwar ist das hier der Worldwide-Zocker. Ist hier als Philipp Petridis drin, das ist wegen der Echtnamenanfrage. Das wird bei euch nicht so stehen, da wird nur Worldwide-Zocker, so wie es da steht, oben unter seinem Echtnamen. Ich hoffe, das ist für dich okay, dass dein Name jetzt hier steht. Aber bei YouTube hast du ja auch kein Problem damit, mit deinem echten Namen. So, eine Freundschaftsanfrage müsst ihr ihm, glaube ich, sogar noch nicht einmal schicken, sondern ihr sucht ihn einfach, geht dann auf Communities hier in der Liste und seht dann hier die Silent Gaming Community, geht dort drauf und könnt dieser Community beitreten. Das Ganze sieht dann so aus. Ich bin da im Moment schon drin, möchte aber natürlich betonen, dass ich nicht die Zeit haben werde, mich darum ausgiebig zu kümmern. Trotzdem werdet ihr mich dort hin und wieder sehen und vielleicht trifft man sich dort zum gemeinsamen Zocken. Also würde es mich natürlich freuen, wenn ihr dieser Community beitretet. Ich möchte natürlich hier betonen, dass es ein Fanprojekt ist. Also das ist keine Sache, die direkt von mir betreut wird, sondern vom Worldwide-Zocker. Aber es sind auch schon ein paar Mitglieder hier drin, wie ihr seht. Und ich hoffe, dass das noch ein paar mehr Leute werden jetzt durch diese Werbung. Also wenn ihr mal gerne miteinander auch zocken wollt, auch ohne mich, dann rate ich euch doch, dieser Community hier beizutreten. Ist eigentlich relativ easy, wenn man weiß, wie. Und dann, ja, viel Spaß. Bis dann, ciao, ciao. Euer Silent.